Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 16. November. Heute haben wir dabei Twitter, Instagram, Google Pay, Tidal und Tinder. Beginnen tun wir mit Twitter, aber Twitter für iOS. Die App, die so semi ist, hat nicht die meisten Fans, aber die bekommt jetzt in Amerika ein neues Feature. Später vielleicht auch im Rest der Welt, aber erstmal nur in Amerika. Und das sind Kategorien in den Suchergebnissen. Sprich, man gibt etwas in die Suche ein, bekommt das Suchergebnis und das ist in Amerika dann jetzt aufgeteilt in Nachrichten, Sport, Spaß und Entertainment. Ob man das jetzt wirklich unbedingt brauchte, sei mal dahingestellt. Was anscheinend durchaus gebraucht wird, oder zumindest ein kleiner Trend ist, ist, dass man guckt, wie lange man diverse Apps, soziale Netzwerke und auch generell Smartphones benutzt. Das hat das iOS ja auch im letzten Systemupdate bekommen. Und jetzt zieht auch Instagram mit und hat es in seine eigene App integriert. Dort kann man im Bereich deiner Aktivität sehen, wie lange man Instagram pro Tag genutzt hat und auch sogar ein Limit angeben, wie lange man Instagram nutzen will. Sprich, man gibt einen, wie viele Stunden und Minuten. Man denkt, dass Instagram genutzt werden sollte an einem Tag, dass einem das reicht. Und dann bekommt man eine Notification, wenn das Limit erreicht ist. Ja, wenn ihr das braucht, dann könnt ihr das jetzt nutzen, sag ich mal. Wenn ihr ein Android habt, dann könnt ihr auf jeden Fall Google Pay nutzen. Und wenn ihr dafür Paypal als Karte hinterlegt, dann könnt ihr sogar 10 Euro vom Paypal geschenkt bekommen. Und total einfach, mit drei Zahlungen, die mit Google Pay und Paypal ausgeführt worden sind, dann bekommt man als Belohnung 10 Euro von Paypal. Ganz einfach. Und die Zahlung hat kein Limit. Sprich, ich glaube, es war der Sascha Ostermeyer auf Kaschis Blog, der hat gesagt, ja, dreimal Sanifair an die Toiletten in den Bahnhöfen an das Ding halten und schon 10 Euro. Also, ja, einfacher geht's nicht. Und dementsprechend, weil es so einfach ist, hat auch Paypal gesagt, das ist nicht unendlich, sondern es gibt verfügbare Gutscheine. Also seid schnell. Und wenn ihr die 10 Euro habt, müsst ihr die auch aufbrauchen bis zum 31. Dezember 2018. Und ihr müsst euch auch bei Paypal für die Aktion anmelden vorher. Der Link ist entsprechend im Beitrag aus Kaschis Blog. Der ist natürlich verlinkt in unseren Shownotes. Nächstes Thema, Tidal. Das ist ja der Musik-Streaming-Dienst von Jay-Z. Und der ist ja eher so, ich weiß nicht, auf Platz 3, 4 oder auch 5, keine Ahnung. Aber es ist eben nicht Spotify oder Apple Music. Aber auch die machen Fortschritte. Und zwar machen die Fortschritte, indem die jetzt auch verfügbar sind auf Amazon Echo-Geräten. Dort gibt es einen entsprechenden Skill. Und dann kann man Tidal sogar auch noch als, ja, fährt irgendwie, wie heißt das, Default, standardmäßig, genau, standardmäßige Musikoptionen einrichten. Ansonsten, wenn es eben nicht die standardmäßige ist, dann muss man immer On-Tidal dazu sagen. Und dann kann man seine Musik auch von Tidal streamen lassen über seine Amazon Echo-Geräte. Optionen sind ja immer gut, Auswahl generell. Von daher, ich sag mal, schöne Sache. Und gestern hatten wir schon Tinder und heute schon wieder. Denn die testen jetzt gerade auf iOS. Also Android bleibt erstmal außen vor. Und auch nur in Städten in Amerika wie Chicago, New York und Los Angeles ein neues Feature. Und zwar, das heißt Swipe Search. Also Swipen ist halt, wenn man auf Tinder nach links oder rechts seine Matches macht oder auch nicht. Und an manchen Tagen und zu manchen Uhrzeiten ist da einfach mehr Aktivität. Logischerweise, Freitags nachts ist spannender als, ja, Dienstagmorgen. Und das möchte jetzt Tinder einfach so nach vorne schieben. Und dafür gibt es eine Funktion, die einen dann darauf aufmerksam macht. Und, ja, dann ist man vielleicht aktiver zu der Zeit und kümmert sich mehr und matcht mehr und nutzt Tinder. Und dann sind alle glücklich. Ja, also erstmal nur Chicago, New York, L.A. Aber mich würde auch nicht wundern, wenn das schnell auch im Rest der Welt in Tinder auftaucht und auch auf Android. Ja, und das war es dann auch für diese Woche. Sorry nochmal für den Montag, der ausgefallen ist. Aber jetzt haben wir es geschafft. Ich wünsche euch einen tollen Freitag, ein tolles Wochenende. Und ab Montag ist dann der Martin wieder für euch da. Bis dann. Ciao, ciao und bleibt positiv. Hört mehr Geek Talk.